...dann einmal links abbiegen, da stehen wir schon fast am Parkplatz. Wenn wir gerade ausschauen, da stehen die Fahrzeuge der Belegschaft. Mit diesen Fahrzeugen fahren sie nach Gegend in die Regüe. Wir haben hier ein paar Tage, die in der Insel. Jetzt mal wieder ein paar Tage, hier stehen wir gerade an der Insel. Dann sind wir wieder in die Regüe. Die Regüe sind hier, die Regüe ist dort. Die Regüe sind hier ab. Das war's für heute. Wir sehen uns im nächsten Mal. Wir sehen uns im nächsten Mal. Wir sehen uns im nächsten Mal.